Liebe Leute, wir haben ein Problem. Und dieses Problem heißt Artensterben. Ich meine jetzt nicht das Aussterben von einzelnen Arten wie Eisbär oder Panda. Das ist zwar sehr traurig, keine Frage, aber das ist für uns Menschen zumindest kein existenzielles Problem. Ein wirklich großes Problem hingegen für uns, das ist das Massenhafte, das gleichzeitige Aussterben von tausenden Arten. Warum ist das so gefährlich für uns? Mal ein Beispiel. In Deutschland hat die Zahl der Fluginsekten in den vergangenen Jahrzehnten sehr stark abgenommen. Einer großen Studie zufolge sogar um 75 Prozent. Also drei Viertel dieser Tiere sind dieser Studie zufolge in den letzten Jahrzehnten verschwunden. Und weltweit sieht es wahrscheinlich nicht viel anders aus. Und das ist schlecht, das ist sogar sehr schlecht. Denn wir brauchen die Insekten, weil ohne sie unsere Landwirtschaft, zumindest so wie wir sie bisher betreiben, überhaupt gar nicht mehr möglich wäre. Anders gesagt, ohne Insekten haben auch wir Menschen irgendwann nicht mehr genug zu essen. Artenvielfalt ist also für uns überlebenswichtig. Aber nur um das klar zu machen, es geht bei dieser Sache jetzt nicht nur um die Insekten. Die waren nur ein Beispiel. Die natürliche Aussterberate, die alle Tier- und Pflanzenarten auf der Erde umfasst, die ist inzwischen schätzungsweise um das Eintausendfache erhöht. Wir erleben gerade das schlimmste Artensterben seit dem Verschwinden der Dinosaurier. In der Wissenschaft ist das weitgehend unumstritten und schon seit langem. In der Öffentlichkeit wird es bisher aber kaum diskutiert. Und genau deshalb gibt es unser Projekt Hashtag Six. Wir möchten, dass Menschen möglichst auf der ganzen Erde wissen, das Artensterben ist eines der größten Probleme der Menschheit in diesem Jahrhundert. Und wir wollen alles tun, was zur Aufklärung beiträgt. Wir wollen Vorträge halten, Bücher schreiben, Filme machen, ins Radio gehen. Alles, 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 was wir halt nur tun können. Aber alleine aufhalten können wir das Artensterben natürlich nicht. Dafür brauchen wir euch. Und zwar jetzt. Das Artensterben ist das Artensterben.